Die neue BR-65-65012 von TRIX H0, Artikelnummer 22650, umgebaut auf das TRIX Express System. Die Lok als Profi-Club-Modell bietet sehr viele verschiedene Funktionen, zum Beispiel auch Führerstandsbeleuchtung. Führerstandsbeleuchtung TRIX ist aber erst zugänglich mit Funktionen jenseits 20. Führerstandsbeleuchtung Führerstandsbeleuchtung Sehr schön für den Wendezugbetrieb ist der Lichtwechsel hinten von weiß auf rot. Das Spitzenlicht zum Zug hin kann ausgeschaltet werden. Der Umbau auf das Express System ist nicht ganz einfach. Die führenden Achsen, sowohl Vorläufer, Nachläufer, wie auch erste und letzte Kuppelachse, werden mit Radringen versehen. Für die Treibachsen bzw. Kuppelachsen werden nur Unterlegscheiben ohne Spurkranzerhöhung verwendet. Der Mittelschleifer ist eine Eigenkonstruktion. Führerstandsbeleuchtung